Wie man mit dem Universum spricht. Gedanken lenken den Fluss deiner Energie und bestimmen die Antwort des Universums. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Das Video heißt, wie man mit dem Universum spricht. Ich glaube, es ist ein schönes Video mit guter Message. Und deswegen ziehen wir uns das jetzt rein. Liebe geht raus an die ganze Community. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentarchen, abonniert den Kanal. Und der Peter geht los. Let's go. Das Universum ist eine Reflexion des Bewusstseins. Alles in deinem Leben, deine Realität und deine Erfahrungen sind wie ein Vorsprechen für deine Aufmerksamkeit. Genau wie Himmelskörper um die Sonne kreisen, hängen deine Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und Empfindungen vollständig von der Energie ab, die du investierst. Facts. Du ignorierst, hört in deinem Erfahrungsbereich auf zu existieren. Die Herausforderung entsteht aus dem Unbewusstsein, mit dem wir diesen Prozess oft navigieren. Alles, was in deinem Leben passiert, muss nicht deine Erfahrung werden, wenn du dich entscheidest, ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken. Uff, das ist so powerful und so wichtig und ich hoffe, es gibt Leute, die vielleicht darüber noch nicht richtig nachgedacht haben und denen das helfen kann, auch vergangene Ereignisse oder Dinge, die aktuell im Leben passieren, loslassen zu können. Weil du bist der eigene Creator von deinem Leben. Du entscheidest, welche Sachen wirklich einen Effekt auf dich haben und welche nicht. Du entscheidest, ob du dich noch festhältst an vergangenen Erlebnissen, die eventuell negativ für dich waren oder dich runtergezogen haben. Du selber entscheidest, wie viel Macht du den Dingen gibst, die dir passieren soll. Oder auch deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Das alles in deiner eigenen Hand. Und umso bewusster du wirst und das verstehst, umso besser fällt es dir auch, diese Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die du wirklich haben möchtest und dich gezwungen fühlst, Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die dir eigentlich nicht gut tun. Und dann kommst du auch wieder in deine eigene Macht und in deine eigene Power rein und triffst auch wirklich wieder eigene Entscheidungen und kannst dein Leben im Endeffekt so steuern, wie du es möchtest. Aber er hat es richtig gesagt, die meisten Dinge, die wir machen und die wir entscheiden, die passieren aus dem Unterbewusstsein heraus. Und du nimmst das gar nicht richtig wahr und triffst die Entscheidungen und handelst so, dass es dir eigentlich nicht gut tut, weil du nicht richtig bewusst bist. Und deswegen musst du dein Bewusstseinslevel steigern. Das mag kontraintuitiv klingen, aber es ist eine Überlegung wert. Wenn du deine Aufmerksamkeit verweigerst, verlieren Ereignisse und Umstände ihre Auswirkungen auf deine Schwingungsfrequenz. Oh. Im Bereich des Gesetzes der Anziehung werden Gedanken oft als Schöpfer der Realität gepriesen. Gedanken an sich sind jedoch leere Gefäße. Sie buhlen einfach um deine Aufmerksamkeit. Du hast die Macht, sie zu energetisieren, indem du zustimmst oder sie mit einem Nein, Danke ablehnst. Wow, das ist so wichtig, Mann. Ich schwöre es dir. Hört zu, meine Lieben. Es kann euch helfen, wenn ihr depressiv seid, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr immer wieder dieselben Gedanken habt und dann in diese Gedanken reinsteigt und wirklich zulasst, dass ihr euch wieder schlecht fühlt und so. Dies, was er gerade sagt, kann dir helfen, wirklich dein Leben zu einem besseren Leben zu gestalten. Und ich habe das selber in meiner Vergangenheit auch schon durch. Du entscheidest im Endeffekt, wenn du Gedanken bekommst, ob du diesen Gedanken Aufmerksamkeit schenkst oder sie dankend ablehnst, so wie er es gesagt hat. Und sagst, okay, ich habe dich wahrgenommen, aber ich lasse dich auch wieder gehen, weil das tut mir nicht gut. So, das ist deine eigene Entscheidung, Bro. Gedanken lenken den Fluss deiner Energie und bestimmen die Antwort des Universums. Die Kunst, mit dem Universum zu sprechen, besteht darin, deine Energie auf Gedanken zu lenken, die mit Positivität resonieren und diejenigen zu ignorieren, die Negativität ausstrahlen. Nummer eins auf unserer Reise, um mit dem Universum zu sprechen, ist die Aufmerksamkeit auf deine Aufmerksamkeit. Digga, geiles Video. Von dem Moment an, in dem du die... Die Aufmerksamkeit auf deine Aufmerksamkeit. Bruf, ihr müsst euch mal... Versucht mal wirklich das zu verstehen. Die Aufmerksamkeit auf deine Aufmerksamkeit zu lenken. Versteht ihr das? Also macht es für euch Sinn, dass ihr mal versucht, zu realisieren, was eigentlich Dinge wahrnimmt so. Weißt du, wie ich meine, in euch. Da ist nämlich etwas in euch, was Dinge wahrnimmt, Gefühle wahrnimmt, Gedanken wahrnimmt, das Leben wahrnimmt und aus euch rausguckt quasi so. Da müsst ihr mal die Aufmerksamkeit drauf lenken. Das seid wirklich ihr. Und nicht die ganzen Sachen, die ihr beobachten könnt. Eure Gedanken, eure Gefühle und die Sachen, die passieren und so. Euer wahres Ich ist das, was guckt. Euer wahres Ich kann diese ganzen Dinge beobachten. Und wenn du Dinge beobachten kannst, dann kannst du sie nicht sein. Und wenn du die Welt betrittst, erkundigt sich das Universum. Und wenn du die Welt betrittst, dann kannst du sie nicht mehr. Und dann kannst du sie nicht mehr. Facts Facts Im gegenwärtigen Moment entfaltet wird, können Gedanken an Vergangenheit und Zukunft aufkommen, aber sie sind wie Echos. Die Gegenwart ist der Ort, an dem das Universum aufmerksam zuhört. Wenn wir das Universum als Manifestation des Bewusstseins betrachten, erkennen wir, dass der Akt des Denkens eine Form der Kommunikation mit dieser expandierenden Entität ist. Das Universum versteht jedoch unsere Gedanken und Gefühle anders, als wir es anfangs vielleicht wahrnehmen. Betrachten wir dies. Wenn du wiederholt sagst, ich werde erfolgreich sein, hört das Universum, ich will im Moment keinen Erfolg. Das ist jetzt powerful, die Macht der Sprache, meine lieben Freunde. Stattdessen fühle, als ob du bereits besitzt, was du suchst. Jede vorstellbare Realität existiert bereits, einschließlich dessen, was du begehrst. Fühle, als ob du es bereits erreicht hättest. Und das Universum wird beginnen, deine Realität entsprechend zu formen. Die tiefgreifende Implikation ist, dass wir fühlen müssen, als ob wir bereits besitzen, was wir anziehen möchten. Jede potenzielle Realität existiert im umfangreichen Gewebe der Existenz, einschließlich derjenigen, die wir suchen. Indem wir uns im gegenwärtigen Moment vertiefen und fühlen, als ob wir bereits unsere Wünsche erreicht hätten. Das kennt auch jeder und hat auch jeder schon mal gemerkt und gespürt, dass wenn du in so einer Negativspirale zum Beispiel drin bist und dich schlecht fühlst und schlecht denkst und depressiv bist vielleicht auch oder so, passieren immer mehr schlechte Dinge. Und du ziehst immer mehr schlechte Dinge in deinem Leben an. Aber sobald du mal wieder ein positives Gefühl hast, wenn du glücklich bist und lachst und zufrieden bist und diese ganzen Sachen, ziehst du positive Dinge in dein Leben. Das hat jeder schon mal gespürt, das hat jeder schon mal gemerkt. Und das ist eigentlich nur deine eigene Aufmerksamkeit, wie du dich fühlst, weißt du, wie ich meine, und wie viel Macht du dem gibst so. Und ich glaube, es ist möglich, auf ein Level zu kommen, und deswegen ist für mich Dankbarkeit so wichtig, immer eine gewisse Dankbarkeit und dadurch auch eine gewisse Glückseligkeit zu verspüren, in jedem Moment deines Lebens so. Es gibt immer Dinge, für die du dankbar sein kannst, vor allen Dingen, solange du noch lebst, atmen darfst, dein Herz schlägt und du gesund bist so, mehr oder weniger. Du bist auf jeden Fall noch da. Und wenn du die Aufmerksamkeit auch auf diese Dankbarkeit lenkst und versuchst, wirklich, wirklich dankbar zu sein für die Dinge, die du jeden Tag in deinem Leben haben darfst, die viele Leute als selbstverständlich sehen, gibt das dir automatisch schon eine gewisse Glückseligkeit, die wieder mehr Glück und positive Dinge in dein Leben ziehen wird so. Beginnen wir, unsere Schwingungsfrequenz mit den kreativen Kräften des Universums zu synchronisieren. Die Kommunikation mit dem Universum beinhaltet also nicht nur die Artikulation von Wünschen, sondern auch die Verkörperung dieser Wünsche im Jetzt. Auf unserer Suche, wie man mit dem Universum spricht, erreichen wir den entscheidenden Schritt der Erweiterung des Bewusstseins. Dies zu tun, gleicht dem Erwerb von Fachkenntnissen in einem komplexen Spiel, dessen Regeln nicht immer offensichtlich sind. Das Leben im Gegensatz zu einer linearen Geschichte ist ein dynamisches und interaktives Spiel und dein Maß an Meisterschaft wird durch dein Bewusstsein seiner vielfältigen Dimensionen bestimmt. Betrachten wir diese Analogie, Genau so ist es. Es gleicht dem Erlernen der unausgesprochenen Regeln des Spiels, was dir ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen und letztendlich eine größere Kontrolle über deine eigene Realität zu erlangen. Ist so, das ist eigentlich dann, so kommst du immer näher ran ans echte Leben auch meiner Meinung nach und da musst du dein Bewusstsein steigern. Du musst Dinge bewusst wahrnehmen. Du musst immer mehr merken so, okay, was tue ich eigentlich? Was hat was für eine Auswirkung? Warum bin ich so, wie ich heute bin? Also immer mehr versuchen, wirklich bewusst wahrzunehmen und bewusst zu sein. Und wenn du das tust, dann wirst du immer mehr merken, wie das Leben eigentlich wirklich funktioniert. Und dann triffst du auch meiner Meinung nach erst richtige Entscheidungen und hast wirklich dann auch den freien Willen. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn du nicht wirklich weißt, wie das Spiel funktioniert und nicht wirklich bewusst bist und unterbewusst viele Entscheidungen triffst und so, dann kannst du ja nicht wirklich davon reden, dass es ein freier Wille ist. Weißt du? Der Prozess der Erweiterung deines Bewusstseins beinhaltet das Erweitern deines Bewusstseins, das Bewusstsein deines Inneren Selbst, deiner Denkmuster und des Universums, das dich umgibt. In diesem Spiel der Existenz wirst du besser gerüstet, je mehr Variablen du aufdeckst und verstehst. Indem du dieses erweiterte Bewusstsein annimmst, wechselst du vom passiven Spieler zum aktiven Teilnehmer, triffst informierte Entscheidungen, die sich mit deiner gewünschten Realität vereinen. Unser vierter Schritt besteht darin, auf dein Leitsystem zu hören, das als dein Kompass im weiten Universum der Energie dient. Das Universum... Die Bilder im Hintergrund teilweise ein bisschen creepy, aber das Gesagte ist sehr, 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 sehr gutes, schönes Wissen. Und ist auch ein Wissen, also das ist auch eigentlich die Sache, mit der ich mich am liebsten beschäftige, weil diese Sachen auch einen positiven Effekt auf mich und mein Leben haben, mich die Dinge, die ich schon realisiert habe, noch mal mehr realisieren lassen. Und ich auch wirklich glaube, dass ich damit auch den besten Einfluss und den positivsten Impact auf Menschen haben kann. Da sie selten mit deinem wahren, inneren Zustand übereinstimmen. Deine Gefühle, dein Bauchgefühl, deine intuitiven Reaktionen, sie dienen als dein Leitsystem. Wenn etwas sich gut anfühlt, resoniert es mit deinem wahren Weg. Umgekehrt, wenn es sich schlecht anfühlt, deutet es auf eine Abweichung von deinem authentischen Selbst hin. So, und so weißt du eigentlich immer, was du zu tun hast. Die Wahrheit ist immer in dir. Jeder von uns fühlt, was richtig und was falsch ist. Und man muss sich halt trauen, diesem Gefühl auch nachzugehen dann, in dem Fall. Weißt du? Ich habe oft schon gespürt, ey, das ist jetzt nicht richtig, wenn ich das mache. Habe es trotzdem gemacht. Und dann habe ich danach gemerkt, es ist nicht gut. Dann passieren schlechte Dinge auf einmal so. Weißt du, wie ich meine? Am Ende, wenn du wirklich ein bewusster Mensch geworden bist, dann fühlst du in jeder Situation, was richtig ist und was nicht. Das Leitsystem hängt von Resonanz ab. Folge dem, was für dich resoniert. Ignoriere das, was nicht resoniert. Und schenke dem, was Negativität erzeugt, keine Bedeutung. Boom. Der egoistische Geist mag versuchen, dich davon zu überzeugen. Ja, Digga, ich weiß dir, Bruder. Das passiert mir auch noch ab und zu. Ich merke das auch richtig, wie dieser egoistische Geist dich dann wieder davon überzeugen will, dass du da Aufmerksamkeit reinlenken sollst und so. Und dann, ja, es ist, man denkt, das ist halt diese spirituelle Reise und die Bewusstseinsreise und so. Das ist ein konstantes Ding. Du denkst, du bist an einem Punkt, wo du es geschafft hast und wo du sagst, ja, jetzt bin ich richtig bewusst und jetzt läuft alles richtig. Und dann passiert eine Situation in deinem Leben, die dich komplett aus der Bahn wirft und dich wieder komplett ins Ego reintreiben möchte und deine Aufmerksamkeit haben möchte. Und dann, ja, zum Glück bist du dann auf dem Level, dass du das bewusst wahrnimmst und dann wieder dagegen arbeiten kannst und dann hoffentlich auch da wieder rauskommst. Aber das ist halt die Challenge dann wieder von Gott, weißt du? So funktioniert das Leben. Und wenn du das dann überwunden hast, bist du dann wieder noch stärker geworden, weißt du? Dann bist du wieder noch stärker geworden. Dann kommt die nächste Challenge, aber dann danach. Und die ist dann noch schlimmer und das ist dann noch krasser. Und es kostet dich noch mehr spirituelle Kraft, Disziplin, Liebe und diese ganzen Sachen, um darüber hinweg zu kommen. Aber guess what? Danach bist du wieder noch stärker. So ist das Leben. ...Ihm zu folgen, zu Vergnügen führen wird. Es ist jedoch wichtig, den Unterschied zwischen ego-getriebenen Wünschen und echter Resonanz zu erkennen. Facts. Wenn es sich gut anfühlt, vertraue darauf. Wenn es sich schlecht anfühlt, lasse es los. Indem du konsequent dem Weg dessen folgst, was sich gut anfühlt, stimmt du dich mit deinem wahren Weg ab und beseitigst die Notwendigkeit des Überdenkens. Lassen uns nun in unseren fünften und letzten Schritt eintauchen, die Kraft der Wiederholung zu nutzen. Um das Wirken des Universums zu ergründen, blicke in den Bereich deines Unterbewusstseins, der die Arbeitsweise des Universums widerspiegelt. Das Gesetz der Anziehung zieht hauptsächlich aus deinem Unterbewusstsein. Es beachtet die flüchtigen Gedanken deines Bewusstseins nicht, die ständig zwischen verschiedenen Themen hin und her flitzen. Dein Unterbewusstsein, im Gegensatz zum Bewussten, hat nicht die Kapazität, Informationen abzulehnen. Es bleibt unparteiisch und validiert alle Standpunkte. Das Unterbewusstsein kann nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden und ruft oft Emotionen hervor, als würden vergangene Ereignisse in der Gegenwart ablaufen. Ist so. Es ist also wichtig, im gegenwärtigen Moment verwurzelt zu bleiben und nicht auf vergangenen Wunden zu beharren, da dies ähnliche Erfahrungen anziehen und alte Fehler fortsetzen kann. Was soll ich dazu sagen, meine lieben Freunde? Außerdem fehlt dem Unterbewusstsein die... Einer schreibt gerade, Leon fühlt es anders. Ja, ja, ich... Ich weiß, dass das stimmt halt, weißt du. Und es tut mir gut. Es ist nur ein Speicherort für gespeicherte Daten. Es nimmt auf, was am meisten Aufmerksamkeit erregt, einschließlich deiner sozialen Konditionierung und persönlichen Erfahrungen. Dein Unterbewusstsein filtert keine ungesunden Gedanken. Diese Verantwortung liegt bei dir. Ja. Durch die Kraft der Wiederholung kannst du aktiv deine Unterbewusstseinsüberzeugungen umprogrammieren. Wenn du beispielsweise von Unsicherheit zu Selbstvertrauen transformieren möchtest, kann das Wiederholte bestätigen, ich bin die selbstbewussteste Person der Welt. Dein Mantra sein. Ist so. Deswegen ist auch für mich dieses Beten morgens so extrem wichtig geworden, Alter. Das mache ich jetzt seit ein paar Wochen. Jeden Morgen richtig intensiv. Und ich habe eine richtig coole Gebetsstruktur mir aufgebaut, die mir richtig gut tut. Und ich merke von Tag zu Tag, wie mich das stärker macht. Wie mich das mehr bewusster macht wieder. Wie mich das auch über Dinge hinwegkommen lässt. Und mich in den Moment reinholt und so. Und ich merke richtig, wie ich das brauche. So wichtig, dass wir sowas haben. Dass wir uns regelmäßig die Dinge, die wir wissen, die uns gut tun, und dass wir uns die immer wieder in den Kopf hervorrufen. Immer wieder, jeden Tag am besten. Immer wieder die gleiche Routine. Sich das immer wieder selber sagen. Diese Dankbarkeit, diese Liebe, dieses Vertrauen, diese Geduld und so. Dass man sich das immer wieder selbstbewusst macht. Und umso öfter du das machst, umso mehr hat es auch einen Effekt auf dich. Der Schlüssel liegt nicht nur im Nachsprechen leerer Worte, sondern im authentischen Fühlen des Selbstvertrauens, das du suchst. Es ist wichtig zu erkennen, dass dein gegenwärtiger Zustand irrelevant ist. Deine Aufmerksamkeit sollte darauf gerichtet sein, was du werden möchtest. Indem du positive Affirmationen beharrlich verstärkst, beginnen sie energetisch zu kollabieren. Daraufhin erfasst dein Unterbewusstsein diese Verschiebung und beginnt, sie in deinem Erfahrungsfeld zu manifestieren. Indem du dich wirklich selbstbewusster fühlst, werden deine Handlungen, dein Verhalten und deine Worte natürlich dieses neu gefundene Selbstvertrauen reflektieren. Zusammenfassend sei daran erinnert, du bist das Universum. Und mit dem Universum zu sprechen bedeutet, mit deinem höheren Selbst zu sprechen. Geil, Digga. Feier ich, Bruder. Das ist so geiles Video. Das ist so heftiges Wissen gerade und so schön auf den Punkt gebracht, Bro. Du hältst die Zügel deiner Existenz. Du bist in Kontrolle. Investiere in deinen inneren Zustand. Reinige dich und reinige dein Wesen. Das Universum spiegelt deinen inneren Zustand wieder. Indem du die Führung übernimmst und dein Bewusstsein positiv ausrichtest, kommunizierst du effektiv mit dem Universum. Deine Realität ist deine Leinwand und du bist der Künstler. Crazy, Mann. Geil. Das ist so ein Video, ich merke richtig körperlich auch, wie das gut tut, Digga. Ich schwöre es nicht. Ich habe losgelassen. Ich merke richtig in meinem Körper, wie mehr Ruhe am Start ist. Was ein Video und ein paar Sätze so auswirken können, ist heftig. Heftig. Ich liebe euch, Freunde. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ein paar Leute im Chat denken, ich bin crazy. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Bleibt so, wie ihr seid. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Gerne mehr solche Videos auch in den Discord reinschicken. Und ja, Alter, mein Traum ist es in Zukunft auch, solche Videos zu kreieren, so weißt du. Für mich noch mehr, diese ganzen Sachen selbst zu realisieren und dann irgendwann auch meinen Fokus darauf lenken, dieses Wissen zu verbreiten, so und so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.